Tag zusammen und willkommen zurück zu Dead Space 2. Jetzt wird sich wieder rumgegruselt hier. Habe ich keine Waffe? Warum habe ich denn die jetzt aktiv? Das ist irgendwie voll komisch. Der hat meine Auflösung nicht gespeichert. Das war mir wieder auf 720p gestellt. Ich hoffe, ich habe die erste Session nicht in 720p aufgenommen. Aber ich meine nicht. Ich nehme ja immer in 1080p auf und rendere dann runter auf 720p. Martin hat übrigens gesagt, warum heute denn dein Baby? Hör mal auf jetzt. Martin hat übrigens gesagt, dass das hier mit dem Shop und mit der Workpage und so, dass es schon in Dead Space 1 ging. Alter, das Baby geht mir so ein bisschen auf den Sacken. Was ist mit dir? Frau. Guck mal, wenn ich so gucke, sieht man nichts. Und wenn ich da raufleuchte, sieht man es. Komisch. Wow! Alter! Boah! Fick dich doch, du dreckige Missgeburt. Puh. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich scheiß mir in die Hose. Nee, ich wollte dich auch mal. Ich wollte dich auch mal. Geh auch. Boah, da muss man jetzt ernsthaft bei jedem Schritt Angst haben. Was? Ist irgendwie gerade ein Raumschiff abgestürzt. Alter, das ist dunkel, ne? Da kam nichts rausgeploppt. Alter, man sieht überhaupt nichts. Ah, jetzt kann man ein bisschen auserkennen. Wenn er mal weiter weg geht, sieht man ein bisschen was. Boah, Alter, ist das schlimm, ey. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Okay, jetzt sind wir einmal zu viel gekommen. Er lebt immer noch. Mann, ey. Hätt doch mal auf, jetzt. Hier, die Kette. Was hab ich denn jetzt gerade aufgesammelt? Ich hab keine Ahnung. Äh, kann man nicht kaputt machen? Boah, Alter. Guck dir. Man kann auch Geräte kaputt machen. Boah, Mann, Leute, ich hab keine Ahnung, keine Lust, weiterzulaufen. Kann er nicht einfach nach Hause gehen? Isolierungsraum. Kein Zugang. Was steht da? Energiestörung. Okay. Verschlossen. Na, wie geht's jetzt weiter? What? Was war das für ein Geräusch? Achso, die Wichser. Boah, ich hab jetzt viel zu viele Schüsse eigentlich. Kommt noch einer. Nein, der hat seinen Sack verloren. Alter, die sind voll laut. Und einer rauskommt. Oh, nice. Danke. Boah, das mit der Werbung und so, überall, das find ich irgendwie voll cool. Das macht das Ganze ein bisschen... ...realistischer. Okay, jetzt müssen wir noch da hinten wieder hin. War's das Vieh hier? Ah, ne, da liegt das, ja. Ich muss den Sack da hinten auszuschießen. Ich hab Angst, dass das Sack kaputt macht. Ich muss den Sack kaputt machen. Wo waren das andere Vieh? Da liegt noch was. Das hab ich gar nicht gesehen. Wie kommt man denn da hin? Ich weiß, wie man da hinkommt. Äh... So. Hier auf dem Laufband war da noch so ein Vieh, oder nicht? Aber das ist hier nicht mehr. Ist weg. Na, egal. Vielleicht war das der Halbblätter-Gold-Ding, ja. Der da lag. Aufgaben erfüllt! Äh, wie mach ich mein Inventar auf? Aha. Ich hab noch zwölf Schuss. Was ist das? Achtung! Säblicher Verkehr zum und vom Regierungssektor wurde eingestellt. Alle Wahlen hängen lang der Linien A und B bis öffentlich Z. Achtung! Bist du da? Sie sind so geil. Sie sind so geil. In der Hütten, wir haben den Dunkeln. Achtung! 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 Bist du da? Achtung! Ich komm' raus! Nein, der Hauptabell! Der steckt alle an! Boah, der verwandelt die alle. Achtung, setzliche Verkehr und Fokussierungsektoren wurde eingestellt. Einen Ball, entlang der Alkohol! Wow! Alter, die machen manchmal gar keine Geräusche, wenn die auftauchen. Station Gamma ist geschlossen. Warum? Warum ist die manchmal so leise? So. Okay, ich geh mal davon aus. Ich prob' mal, ob hier noch irgendwo was liegt, aber ich geh mal nicht. Da ist was. Ein Schema? Stahlsempfang! Cool. Bin ich hochgekommen, ne? Ja. Oh, hier ist auf einmal alles voll ruhig. Da. Hier ist verschlossen, alles klar. Boah, das ist richtig cool gemacht, Alter. Na, das seh ich doch jetzt schon. Guck mal. Na doch, den kann ich doch ranziehen. Was? Ach so, deswegen halt ich immer angetreten auf Versehen. Weil ich bezielt habe, dass er enttreten wollte. Und es geht nicht. Okay. Ah, ich muss wieder hacken. Hier. Aua! Doch wie? Ach so, erst wenn es blau ist, darf ich bitte. Ach, boah. War jetzt relativ easy. Aufgabe erfüllt. Hallo! Ich schätze mal, hier kommt noch mehr rein. Oder? Da, wusste ich doch. Du hast gesehen, Alter? Da, wöchst du denn? Boah, Alter! Boah, Alter. Scheiße! Das ist ja... Das ist nach vorne bestimmt, ne? Nein, das wollte ich gar nicht! Ups! Was war das denn jetzt gerade? Definitiv kommt auch einer von den Fluchbanden. Ja, öffnen! Wow! Was denn jetzt? Was macht der da? Ah, ich kann selber steuern! LOL! Weiter! Hey! Ich drück die ganze Zeit schon! Okay, da hab ich jetzt nicht aufgepasst, ich musste nicht erst steuern. Wie, der ist ja nackig! Wie, der ist ja nackig! Sicher ist sicher! Sicher ist sicher! Wie, der ist ja nackig! 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 Ach, ich muss zielen, toll! Was geht denn? Was mache ich über? Haha Oh! 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 I die, I die, I die! Oh, man! Oh, man! Alter. Das ist ja nicht normal. Der Arme kehr hier durch, machen muss ich. Wie sind Sie da hingekommen? Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Kishini Towers. Verdammt! Tide Man hat Ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf dich auf, ich melde mich bald wieder. Ich muss erstmal alles hier abchecken, Leute. Ich habe hier noch irgendwo was verstecktes rumliegt. Alter, sieht es aber gar nicht so gut an hier. Begegnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017